Alien Artefakts, Tin, Uranit, Stein, das wäre auch mal schick, so einen richtig hohen MK Drill, also ein MK Fünftel oder so, einfach auf dem Stein fällt drauf, damit ich nicht alles über diese Liquid Händler machen muss. Galena, Uranit, Rare Earth, kommt schon, hier muss doch eben Kobalt sein, da kommt gleich ein Angriff. Das ist Gold, da ist ganz viel Blauszeug, da Kobalt, das hätte ich ganz gerne, mit meiner Ardite-Picke. So, ich brauchte irgendwie 50 Stück oder so, sollte also nicht allzu lange dauern, und ich weiß jetzt aber nicht, ob das reicht, das einfach so einzuschmelzen, oder ob das wieder irgendein chemischer Vorgang ist in dem Electrolyser. Und 10 extra, ist okay. Also das teste ich gleich einfach. Ich laufe gleich einfach zu irgendeinem Schmelzofen, schmeiße das Kobalt-Zeug da rein, genau, Kobalt-Zeug, und guck, ob eine Platte rauskommt. Wenn nicht, suche ich die Rezepte raus im Electrolyser. Und da bist du ja, Laser-Combit-Shutgun, sehr schön. Nächster Schritt wäre dann die Rüstung, damit wir mehr als zwei Schüsse aushalten. Äh, du. Jo, go. Lauf mal ein bisschen schneller. So, das kriegst du alles, das kriegst du alles, das kriegst du alles. Das auch, Leichen, 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 Leichen. Turm stellen wir mal hin, damit da operiert wird. So, so, so. Geschwindigkeit normal. Wo werden wir angegriffen? Wurden irgendwo angegriffen. War aber anscheinend nichts Wichtiges. Gut, ein Schmelzofen hätte ich gerne. Nehmen wir mal dich. Und wir können es nicht einfach so einschmelzen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay, haben wir hier irgendwo... Da brauchst du Schwefelsäure und muss in so einer komischen Fabrik gemacht werden. Äh, Schwefelsäure ist hier. Auf der Seite. Das heißt, wir brauchen nur die komische Fabrik. Dismissed Chemical oder Mixing? Was muss denn gemacht werden? Schwefelsäure. Das wäre also eine Chemical Furnace, richtig? Ich denke schon. Da. Das heißt, wir setzen jetzt dich gleich einfach hier hin. Wir können schon mal vorbereiten mit Untergrundrohren, die wir nicht haben. Ich hätte gern die... Dich erforscht, ja. Mit Untergrundrohren, die wir nicht haben. Da. Fünf Stück Waffen. Du bitte dahin. Und du stellst her... Kobalt. Kriegst du noch... Kiste... Kiste? Du forderst an Kobaltit. Lärmchen rein, Lärmchen raus. Und da die Schülse auch wieder rein. Dreh dich. So. Oh nein. Das ist Kobalt-Oxid. Wo kriege ich jetzt noch... Oh, Göttchen. Kobalt-Oxid. Wo kriege ich Kobalt-Oxid her? Indem ich Kobaltit und Stein in dem anderen mache, oder wie? Okay. Ich baue jetzt das andere Ding. Das wäre Metal-Mixing. Ich hätte einfach hier gucken können, hm? Ja. Es ist also nicht Metal-Mixing, sondern... ...noch mal Chemical, was auch immer. Das heißt, dich brauchen wir gar nicht. Und wir setzen dich dann hier hin. Das sollte hinhauen. Ja, also du machst weiter nochmal wieder das da. Und dein Kollege macht hier drüben das da. Und dazwischen kommt ein Ärmchen. Und da kommt nichts hin. So, du forderst jetzt Kobaltit an. Was ich zufälligerweise dabei habe. Achso, und Stein. Noch ein Abnehmer für Stein. Das ist echt krass bei diesem Mod-Pack. So viel verdammtes Zeug. Braucht Holz und Stein. Na komm, go, go. Ich will meine Waffe haben. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Davon jetzt 50 Stück. Und dann haben wir unsere Laser-Commer-Shot-Gang. Jetzt zu... Die brauchen auch Kobalt. Oh Gott. Also die Munition, die ich eigentlich gerne primär nutzen würde. Die beste, der beste, der besten. Die braucht ebenfalls Kobalt-Platten. Und zwar nicht zu knapp. 25 für ein Magazin. Jupp, das ist ordentlich. Und wir müssten euch mal schneller machen, sonst wird das hier nichts. So sollte okay sein. Gut. Ähm... Mach mal das so lange, wie wir hier rumlaufen. Hör damit. Ähm... Ich wollte irgendwas unten rechts machen. Ich weiß nur nicht was. Ich hatte gerade das Gefühl, ich muss nach unten rechts gehen. Ah, Edelsteine. Genau. Sehr schön. Gib mir... Die hier. Damit ich den Fusionsreaktor forschen kann und davon auch gleich einen bauen. So, und hol hier bitte schon mal... Ein. Ernsthaft? Ach du. Gib mir die da und tu die alle hier rein. Oh Gott. Schneller, schneller. Mach das alles viel schneller. Wie gesagt, viel zu langsam. Oh. Oh. Hä? Ähm... Okay, also es gibt zwei bessere Fusionsreaktoren. Aber erstens muss ich den ersten erforschen. Äh... Äh... MK2-Schäge. Oh, MK3-Schäge. Also es wurde anscheinend wirklich alles einfach um ein paar MK-Stufen erhöht, hm? Es reicht mir erstmal überhaupt irgendwas zu haben. Batterien bräuchte ich wahrscheinlich auch noch. Mal so. Komm, einen hätte ich eigentlich noch ganz gerne. Also ein Polished Game, damit ich zwei Magazine machen kann und damit hoffentlich eine Basis-Zerstörung oder so. Ja, wobei wir halten so verdammt wenig aus. Wir schaffen es nicht mal eine zu zerstören, weil jeder von denen einmal spuckt, sind wir kaputt. Na gut, ich gebe das her. Theoretisch könnte man schon mal zwei herstellen, wenn wir genug Kobalt hätten. Was wir nicht haben, weil wir nur 50 Stück abgebaut haben und die brauchen wir für die... 60 Stück abgebaut haben. Und die bräuchten wir für die... Waffe. So, Batterien hätten wir auch. Dann hätten wir jetzt ganz gerne das Laufgestell. Gibt es auch in der MK2-Version von. Sehr schön. Ich überlege gerade, wie wichtig das wirklich ist. Ich glaube, das Ding wäre erstmal wichtiger, oder? Ja, machen wir das Ding. Und ich habe gerade 100 grüne Chips gesehen. Das heißt, ich sollte schon mal die, die sich hier anstauen, rausnehmen, damit das Ding weiterarbeiten kann. Zink. So. Hast was zu tun. 200 Stück wieder zu ersetzen. Und ich hätte jetzt gerne Kobalt. Ja. Und wir müssen mehr von Hand abbauen. Also mindestens nochmal 40, damit ich zweimal das Ding bauen kann. So, können... Was fehlt jetzt? Oh, Zink und Glas. Äh. Glas und Zink. Oh, da ist ja auch ein Feld. Mach mal eine Geschwindigkeit höher. Lauf mal... Oh, 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 oh. Oh, normal. Ich habe gerade Explosionsdinger da gesehen. Ja. Unsere Türme werden zerlegt. Und zwar komplett. Äh. Z, Q. X, Z, Q. Oh. Da. Was? Muss ja das so viele auf dem Haufen. Nicht? Das ist echt schön. Das ist ganz und gar nicht schön. Ich muss sie ersetzen. Wow. Ja, können wir nicht, weil komisches Zeug wieder fehlt. Du. Okay. Ähm. Ähm. Ne. Ich vertraue darauf, dass es hier erstmal vorerst hält. Ich hole mir jetzt das Kobold, das ich brauche. Ich hoffe mal, wir gehen dazu nicht zu nah ran. Das ist kein Kobold. Mist. Das ist das Kobold. Zink. Genau. Also, 40 Koboldit. Ten-Up nach Hause. Und dann schauen, ob wir irgendwie die ersten Topos-Türmen bekommen. Oder die Vorstufe von den Topos-Türmen zumindest. Weil das sind One-Hits. Das ist... Weil wenn die beide das schaffen, diese 2500 HP-Dinger so schnell zu zerlegen. 2800 sogar. Das ist... Ja. Definitiv härter, als ich angenommen hätte. Am Anfang. Da bin ich so davon ausgegangen. Ach, das wird jetzt im Kindergarten. Spiel mit den Gegnern. Die sind alle doch ganz normal, wie wir sie aus Ditek kennen. Und wir haben zigtausend Mods, die uns stärker machen. Und alles wird gut. Aber die zerlegen jetzt regelmäßig unsere Außenposten. Und greifen jetzt unsere Hauptbasis. Mit ordentlich Schmackes an. Schmeiß dich mal da rein. So. Dich weg. Dich weg. Die ganzen weg. Leichen, 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 Leichen. So. Wir können keine Topos-Türmen bauen. Das fehlt noch. Das ist richtig. Exoskelett. Wer denn da... Was? 20 rote Engines. Ich war kurz irritiert wegen diesem komischen... Türkisen. Was da unten rechts. 120 von diesen Türkisen-Dingern. Keine Ahnung, was es ist. Das ist, glaube ich, was von Yoki. Aber es ist ein alternatives Rezept. Denke ich mal. So. Wir haben immer noch keine normale Engines. Als Rezept. Die da. Was ich noch recht komisch finde. Aber gut. Das heißt, wir setzen einfach... Äh... Fordert... Bau... Äh... Türme. Schaffen wir nicht. Tausend. Tausend schaffen wir nicht. Charakterlogistik-Slots wollte ich noch haben. Und theoretisch ist das ganze Gedöns auf MK2. Also sowohl die Energy Shields als auch die Batterien... Ne. Wo sind die Logistik-Slots da? 150. Das ist okay. Go. Jetzt dich. Und einmal hier hinsetzen, bitte. Und du wirst jetzt eine Dingens-Fabrik. Eine Engine-Fabrik. Da. Du brauchst also Stahl, Iron Gear Wheel und TIDA. TIDA wären... TIDA. Und Stahl und Pipes. Pipes. Habe ich eine Fabrik für Pipes? Ich denke nicht. Oh, doch. Da kam irgendwas angeflogen. Achso, das sind noch Reserven aus der... Aus dem Logistik-System. Dann setz dich mal kurz hier weg. Das ist möglich, ganz kurz. Da machst dich dann weg. Und machst dich wieder hin. Und du forderst bitte nur Eisenplatten an. Stell die ganze Zeit im Weg. Tut mir leid. Und du machst die Rohre. Und tust sie da rein. So. Jetzt sollte ich meine... Roten davon bekommen, um dann... Dich zu bauen. Was fehlt noch? 50 Steinen. Und wo brauche ich 50 Steinen? Na, egal. Anfordern. Stein. Wir werden rechts angegriffen. Uff. Der nächste Turm stimmt. Oh, weia. Oh, weia. Wir perplex... Wir perplex schnell. Nella. Wenn es so weitergeht, dann... Ist es vorbei. Wir haben jetzt nur einen Turm verloren, aber... Ne? Ich sollte mit der Geschwindigkeit Vorsicht sein. Nicht mehr damit so viel rumspielen. Ja. Jetzt brauche ich Holz. Beraced. Ichacho. Ichneh. Ich cock's. Wasserium communitiesert hat weiter. Wirulen der Schäden. Ich bin der Schäden. Ich bin der Schäden.